hallo und herzlich willkommen zurück bei eine weitere folge von diablo 4 so kathedrale des lichts jetzt abschließen das ist hier oben nie warte mal musik dafür in welten stufe 2 jetzt kann man nicht machen sie ist jetzt hier noch irgendwie ist ja keiner mehr da ist sowieso nicht aber ist nicht mehr wo sind brava eigentlich das würde mich mal interessieren wo die brava ist die hat ja noch so ein erlass ergeben oder oder ein erlass erlassen nennt man nicht so klingt ein bisschen komisch aber macht doch sinn auf jeden fall wollten die uns ja an leder da oder josef arbeitet ding ist wo ist die jetzt wir tülen mal hier durch müssen wir müssen wir hier machen ja dinger für ein animus sammeln gibt hier den animus so wie sammeln war ein und wenn dann voll ist hier nochmal zurück und ein paar stiefel haben wir ihm ohne abgezogen was mit kohlen okay wir sind gesteilt ich war schon wieder ich war schon wieder in dem bluten modus ich habe schon wieder was gedrückt habe so gut und hätten wir nur noch die andere seite da noch die posse erledigen ich habe kaum noch essenz so sehr gut dann erreicht die denn in die schossen bin doch genau auf die zu gelaufen zählt denn das ja nicht mehr der letzte so okay haben wir dann können wir jetzt das ding hier betätigen gold soll mir erstmal egal sein wir haben die noch oder fünf millionen so viel ist so wieder nicht jetzt jetzt Die wirkt meine Nase. Gemächer des Rats. Was war da los? So, hier ist der Rat, warte mal. Die gehen mir ja ein bisschen auf den Säck hier, auf den Säckle. Wo kommen die denn jetzt alle her? Ich bin noch nicht bereit. Ich habe keine Essenz mehr. So, Lumpi, alle weg hier? Alles klar. Seitdem hier schnell. Seitdem fix. Aber es war noch nicht alles. Jetzt sieht der Spaß erst richtig aus. Sehr gut. Malarangia. Los. Die Dinge umsonst. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sterb doch endlich. Manche Leute wollen einfach nicht hier, die die Klammern sich so sehr entleben. Das ist jetzt nicht akzeptabel. Das kann er jetzt nicht mit mir machen. Das geht nicht. So, da ist noch eine Akkuung da. Ich brauche mehr Essenz. Nö. Erstmal brauche ich Heilung. Wo sind die hier? Hier. So. Jetzt haben wir hier oben noch welche. Ein paar müssen noch sein, weil der zeigt mir noch keine Zahl an, wo viele noch übrig sind. So, Rittervernichter. Ja, okay. Rechtschaffende Ritterin. Hier rinnt doch noch irgendwo hin herum. Okay. Ah, jetzt haben wir verbleibende Zahl. Okay. Okay. Ah, jetzt haben wir verbleibende Zahl. So, gut. Das hätten wir. Dann können wir ja gleich weiter. Ah, war schon offen. Das war schon offen. Wie kann man jetzt Kurators? Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe kaum noch Essenz. So, der ist hoch hinüber. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir jetzt hier raus. Dann werden wir umstellen auf Weltenstufe 3 und dann hätten wir das auch geschafft. Sehr gut. Dann waren noch Felder des Hasses. Ach so, das war ja das PvP-Lumpe. Ja, das will ich nicht machen. Das interessiert mich auch nicht. PvP-Lumpe ist das Einzige, was mich nicht interessiert, weil ich es nicht brauche. So. Damit sind wir in Weltenstufe 3. Alles klar, Herr Kommissar. So, jetzt ist die Frage, woher hin wird machen wir jetzt. Wir hätten jetzt in vier Aufgaben. Hier haben wir noch acht Aufgaben. So. Was sind denn Tizio für welche? Kejistan. Kejistan. Die Waffe eines Wolfs. Was ist denn in der Bibliothek? Da waren auch noch Aufgaben. Hier. Ach hier, die Waffe eines Wolfs. Ich habe ein Schwert geborgen, das den Eisenwölfen gehörte. Ich kenne diese Klinge. Das ist Assharas eigenes Schwert. Die restlichen Wölfe werden Mut fassen, wenn sie hören, dass ihr es gefunden habt. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Alles klar. So, ist aber noch nie genug. Ich habe diese Rüstung von einem der Ritter geborgen. Danke, dass ihr mir das gebracht habt. Diese Rüstung gehörte einem Freund und Waffenbruder. Mit etwas Arbeit wird sie eines Tages einen anderen Eisenwolf schützen. Alles klar. So, jetzt nehmen wir die Aufgabe hier an. Und wenn alles verloren ist, so stellt euch vor die goldenen Wächter an den Palasttoren. Bittet um Hilfe und unterhaltet Waffen. Okay, aber hier unten war doch auch noch irgendwo eine, ne? Ja, da. Wir müssen sowieso da lang. Jetzt müssen wir so um Hilfe bitten. Na ja, dann bitten wir doch mal um Hilfe. Da haben wir einen Droiden, der hier rumsteht. Hallo? Das war ja wieder glorreich. Oh, glorreich. Ja, jetzt bald ja nicht mehr. Oh, was ist mit euch los hier? Hallo? Hallo? So. Hilfe sind wir. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Okay. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, natürlich. Dann schmeißt er doch weg. So, wir sollen mal wieder hier... ...Gegener töten, damit wir das jetzt hier nochmal machen können. Die Tochter des Hasses fordert Blut. Hier klingen wir auf jeden Fall voll. Das ist schon mal positiv. Das ist eine sehr gute Aufgabe. Naja, wir sind ja jetzt in einer anderen Weltenstufe. Ah! Ah! Was ist das? Was ist das? Ich kann nicht mehr tragen. Ach ja, stimmt ja. Da war ja was. Haben wir hier noch blaue Zeugs? So, gut. Okay. Können wir hier mal schnell nochmal runter? Sehr gut. Gut, 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 gut. Was wollten wir jetzt machen? Nee, wir haben keine Gruppeneinladung. Ach nee, wir wollten da runter, genau. Wir wollten da runter. Was sind denn die eigentlich für welche? Was wurden jetzt hier wieder eingesammelt? Haben wir schon irgendwie eine Pflanze hier? Was sind die Pflanze hier? so war jetzt die aufgabe hier sehen ja weit weg hier so also damit können wir damit nehmen ja hier sei da was macht ihr draußen könnte euch dasselbe fragen das ist kein ort für touristen ich halte diesen menschen aus caldeum zu fliehen als wir von monstern angegriffen wurden jetzt sind wir getrennt und es kommen immer mehr von den verdammten biestern benötigt ihr hilfe ich könnte auf jeden fall ein weiteres schwert brauchen nur bis wir etwas weiter die straße entlang gekommen sind gibt uns deckung während wir vorrücken und unser verlorenes schäfchen finden bleibt in der nähe ihr zwei ja da rennst du so jetzt sind wir sicher zumindest vorerst nähe sind wir nicht kommen ja immer noch so jetzt sind noch mal seid ihr verwundet ich wurde gestochen aber bitte lasst mich nicht zurück euch zurücklassen ich halte mein wort wenn ihr im sand sterbt dann nur weil ich vor euch gestorben bin das verdammten biester ihr drei bleibt hinter mir die dinger diese dinger sind die hastig aber kommt schon bei uns die luft scheint rein zu sein das stimmt wohl ich danke euch für eure hilfe wanderer mein name ist edgar in kam war es euer gesicht kommt mir bekannt vor ein fahndungs plakat vielleicht wie auch immer ich gebe euch ein aus ich muss diese menschen in sicherheit bringen solltet ihr eines tages in gear cool sein findet ihr mich vielleicht in der taverne möge das licht euch leiten aber wer macht denn jetzt das licht meine last ist zu groß So, die ist schon da. Die ist schon da. Kür war Schatt. Auch nur, weil wir Gea Kohl hier unten noch nicht freischalten haben. Kann das sein? Eventuell ja. Mal gucken. So, jetzt gucken wir mal kurz hier. Ich glaube, wir brauchen nichts davon, oder? Von 634. Das ist aber Basis. Aufheben von Blutkugeln. Ja, wir sehen, ich kann den Knirsch mit anfangen gerade. Intelligenz. Ja, das ist gut. Dann können wir den Rest hier einschmilzen. Jetzt sind hier 585. Knochen-Gefängnis. Gut. So. Oh, Licht. Reinige meine Haut von diesen Beulen. Und ich schwöre, dass ich dein hingebungsvollster Diener werde. Diesmal wirklich. So, ich gucke mal kurz hier wegen... Wo haben wir denn hier? Ist der Rechner. Okay, der geht jetzt hier, hier rüber, hier hoch. Und dann hier rüber und hier runter. Alles klärchen. So, was wollt ihr jetzt machen? Da wieder zurück, ne? Nee, warte mal, wir haben doch hier noch... Genau. Ach, das ist nur Ent. Hört. So, jetzt will ich hier mal rüber schnell. Zu dem... Verzauber. Ist hier irgendwas drauf, was weg kann? Widerstand gegen Schatten. Fertigkeiten bereiten. Dunkelheit. Aber alles nicht. Naja, ich sag mal... Ach, verdammt. Beirufung haben wir nicht. Dunkelheit habe ich auch nicht. Verdammt. Was nehmen wir da weg? Leiche. Ist das nicht eine Beirufung? Nee. Dann nehmen wir erstmal Dunkelheit, ja. Ja, komm, gibt mir doch mal was Besseres. Na, lassen wir das jetzt hier. Verbrate ich schon wieder die Unnütze, die... So, ihr haltet... Blablabla, okay. So, haben wir da noch einen Sockelruf? Aber ich sehe, was braucht man nicht. Aber wir können den erstmal hier nochmal wegmachen. Nein, das ist falsch. Wir werden bestimmt bald einen neuen finden, neue Sachen. Gut. Das haben wir. Gehäkul. Ich habe mal einen Gastwirt in Gehäkul. Er hat einen Brief gefunden. Ich sollte ihn hier bringen. Das ist alles hier unten. In Kijistan. Da müssten wir dahin reiten. Juh, den machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Und dann machen wir hier irgendwann den weiter. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif. Und ja, tüdelü. Und ja, tüdelü. Bis zum nächsten Mal.